Braucht der Markt ein Pflaster oder wird das nicht reichen, um die Wunden, die der Markt aktuell tatsächlich erlebt, auszuheilen? Es bewegt sich einiges in der Welt. Wir haben politisch natürlich eine sehr, sehr heikle und spannende Situation. Die Märkte spiegeln das Ganze wieder und dementsprechend Grund genug, dass wir uns das mal angucken. Das wollen wir tun, auch diesen Mittwochabend, wie jeden Mittwoch um 18.30 Uhr in der BMP Paribas-Born-Akademie. So wollen wir diese Woche auf den Live-Chart gucken und mal sehen, wie die aktuelle Marktsituation ist. Bei den Indizes, natürlich bei den Rohstoffen. Öl beispielsweise, Erdgas, natürlich Gold. Wie reagieren die da drauf? Vielleicht gucken wir uns auch den einen oder anderen Einzeltitel an. Also seid unbedingt mit dabei. www.bornakademie.de Ich freue mich auf euch, insbesondere weil es mega spannend ist. So und ich bin offensichtlich schon wieder geheilt.